وَقُرْرَبِّ زِدْنِي عِلْمَا Er sagt, es gibt nichts Köstlicheres und Süßeres für die Liebenden, als die Zeit, in der sie alleine und zurückgezogen mit Allah sind und mit ihm etwas Zeit verbringen. Es ist die Heilung ihrer Herzen und das Höchste, was sie anstreben. Heilung, hiermit ist gemeint, dass wenn sie viel unter den Menschen sind im Alltag, 12, 14, 16 Stunden, Heilung ist dann, wenn sie zurückgezogen sind mit Allah subhanahu wa ta'ala und weg von den Menschen und von dem Alltag und von der Arbeit und von der Familie etwas Abstand sucht. Diese ruhige Zeit, diese Stunde oder diese zwei sind Balsam für ihre Herzen und eine Heilung. So beschreibt das Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Also sollten wir zusehen, dass wir auch einige Stunden oder auch wenn es nur Momente sind, mit Allah subhanahu wa ta'ala zu verbringen, in dem dich keiner stört, weder Arbeitskollege, noch Familie, noch Freunde, noch Handys, noch Sonstiges. Hadha wallahu alam wa alhamdulillahi rabbil alameen.